Hallo und herzlich willkommen zu einer Einführung in die Systematik des Global Commoning Systems. Das Global Commoning System entstand im Rahmen des Commons Instituts, wird gefördert vom Schweizer Konsumentenschutz und dieser Vortrag steht unter einer Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Teilen unter selben Bedingungen. Mein Name ist Markus Meindl und ich führe euch heute durch diesen Vortrag. Der Vortrag lietert sich in fünf Kapitel. Zuerst die Grundlagen, wer sind wir, was machen wir, was wollen wir? Dann zur grundlegenden Struktur, auf der quasi unsere Software, denn Software ist das, was wir machen, aufbaut. Dann kommen wir zu Tätigkeitsmustern. Tätigkeitsmuster sind so die Grundbausteine unserer ganzen Systematik und schließlich zu den Mitteln. Mittel sind alles, was wir verwenden, was uns umgibt, mit denen wir irgendwas machen. Und der Konfigurationsprozess ist so das Herzstück unserer ganzen Software. Das letzte Kapitel eben gliedert sich dann doch mal ein bisschen auf. Wir fangen an mit den Grundlagen. Und zuerst fragen wir, was ist das Global Commoning System, also wer sind denn überhaupt wir? Wir sind ein Projektteam aus Aktivisten und Aktivistinnen mit dem gemeinsamen Ziel, die Bedingungen für Commoning zu verbessern. Was Commoning ist, dazu kommen wir gleich. Weiter ist das Global Commoning System eine Theorie, die gemeinsam von uns ausgearbeitet wird. Bisher sind erschienen der Essay The Timeless Way of Reproduction, ein deutschsprachiger Text, und dann die noch unvollendete Textreihe The Global Commoning System, was eine Konkretisierung des Essays ist. Dann ist das Global Commoning System eine Softwareinfrastruktur, die komplexe Kooperation auf Basis von Freiwilligkeit und Selbstorganisation durch Selbstzuordnung ermöglichen soll. Und zuletzt ist das Global Commoning System eine Möglichkeit für dich, Teil dieser Bewegung zu werden. Denn wir brauchen Hilfe und wir freuen uns über Zuwachs. Wir haben viel Raum, wir brauchen viel Unterstützung in den verschiedensten Bereichen. Vielleicht finden wir was, vielleicht findest du einfach was. Schau es dir einfach an, melde dich bei uns. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Okay, zur Frage, was ist Commoning, beziehungsweise was ist eben das Gemeinschaften, wie wir es auch auf Deutsch oft nennen. Gemeinschaften ist, zu sagen, was wir wollen oder brauchen, zu schauen, was uns umgibt und uns zur Verfügung steht, und dann uns auf Augenhöhe organisieren und aktiv werden, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Gemeinschaften oder eben Commoning ist also daher etwas Selbstverständliches. Es heißt einfach nur, wir sind Menschen, wir brauchen Dinge, wir haben Bedürfnisse oder eben Leiden. Wir gucken, wie wir dieses Leiden lindern können oder diese Bedürfnisse eben befriedigen können. Und dann gucken wir, was uns dafür zur Verfügung steht und was wir damit machen müssen, damit das eben geschieht. Das ist kein Hexenwerk, Commoning ist eine absolute Selbstverständlichkeit, die aber auf gesellschaftlicher Ebene heute einfach nicht gegeben ist. Und auf gesellschaftlicher Ebene bewegt sich dieses Projekt. Okay, wie soll also die Global Commoning System Software Infrastruktur dieses Gemeinschaften unterstützen? Zuallererst, indem es eine Möglichkeit gibt, Bedürfnisse an allgemein andere zu vermitteln. Allgemein andere heißt hier nicht an konkrete Personen, also meine Partnerinnen, meine Familie, meinen Freunden, meinen Nachbarn, Leute, die ich jetzt konkret kenne, sondern ich vermittle dieses Bedürfnis und vielleicht irgendjemand, eine Person, die ich nicht kenne, macht was damit, weil es durch diese Vermittlung irgendwie was mit ihr zu tun hat. Zum Beispiel der eine Person, die braucht Mobilität mit einem Fahrrad. Die andere hat Hunger, braucht wahrscheinlich was zu essen. Und der anderen Person ist der Schutz der Natur sehr wichtig. Alles sind Bedürfnisse oder wirkt sich auf mich aus, geht mich irgendwas an, will ich irgendwie in der Welt haben, also zum Beispiel was zu essen oder dass die Natur geschützt wird. Und das muss ich vermitteln können, dass überhaupt Prozesse entstehen können, die diese Bedürfnisse mit einschließen. Dann geht es um die Transparenz über verfügbare Mittel und darüber getroffene Absprachen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel die Schmarten haben, ja, vielleicht sind die irgendwie übrig geblieben und irgendjemand kann sie haben, der oder die Hunger hat. Wir haben ein kaputtes Fahrrad. Ich weiß nicht, wer vielleicht schon was damit machen will, das muss ich wissen. Wir haben dieses Holzstück zum Beispiel, mit dem was gemacht werden kann unter irgendwelchen Bedingungen. Den Werkzeugkoffer, hat ihn schon jemand ausgeliehen, hat ihn noch niemand ausgeliehen, was ist da drin? Das muss alles transparent werden, damit er mitgearbeitet werden kann. Das müssen wir irgendwie herstellen. Dann müssen sich mögliche Tätigkeiten zur Bedürfnisbefriedigung herausstellen lassen, und zwar anhand der lokal verfügbaren Mittel. Also zum Beispiel jetzt wieder diese Tätigkeiten, die angezeigt sind. Eine Fahrradreparatur kann zum Beispiel möglich werden, weil es ein kaputtes Fahrrad gibt. Oder das Fahrrad teilen, das eigene Fahrrad teilen, kann auch einer Person helfen, die mobil sein möchte mit diesem Fahrrad. Nur weil jemand ein Fahrrad braucht, heißt es nicht, dass ein komplett neues Fahrrad dafür hergestellt werden muss. Es kann auch möglich sein, das zu teilen. Hunger natürlich, über die Lieferung von Brot oder über Kochen, der Naturschutz über vielleicht soziale Proteste gegen bestimmte Formen der Energiegewinnung oder eben indem neue Wälder zum Beispiel gepflanzt werden. Also eine Erweiterung vielleicht der Form der Natur. Dann, das ist nochmal ein sehr eigenes Thema, wollen wir eine individuelle Sortierung der Tätigkeiten anhand eigener Prioritäten, Interessen und Fähigkeiten ermöglichen. Das heißt, wir haben eine Software, und die Software schlägt diese Tätigkeiten vor, die im lokalen Umfeld quasi sinnvoll sein können, um Bedürfnisse zu befriedigen. Davon kann es aber 10.000 Stück gleichzeitig geben, und damit sich nicht jede Person durchwühlen muss, kann sie ihre Qualifikationen, Fähigkeiten, Interessen angeben, und entsprechend werden ihre Tätigkeiten angezeigt. Andererseits kann ich aber auch zum Beispiel sagen, ich möchte Leute unterstützen, die arbeitslos sind, zum Beispiel. Und dann werden mir besonders Tätigkeiten nahegelegt, die solchen Menschen zugutekommen. Schließlich soll die Software eine Selbstzuordnung zu Tätigkeiten ermöglichen und eben auch ermöglichen, dass einander unbekannte Personen miteinander kooperieren können. Was heißt das? Das heißt eben, diese Tätigkeiten werden vorgeschlagen, und ich kann sie annehmen, ich kann sagen, ich mache das, und dann schreibe ich mich quasi dieser Tätigkeit zu. Die Person in Dunkelgrün sagt zum Beispiel, Fahrrad reparieren kann ich machen, habe ich Lust drauf, aber mir fehlt halt ein Vorderreifen, weil der Vorderreifen ist total kaputt, den habe ich nicht. Aber wenn er da ist, dann kann ich das alles reparieren. Dann wird eine neue Tätigkeit durch die Software vorgeschlagen, die eben diesen Bedarf, ein Mittel, das fehlt, ist ein Bedarf, die diesen Bedarf vermittelt. Die Person in Gelb sagt, okay, den Reifen von A nach B kann ich transportieren, weil ich vielleicht eh da in diese Richtung fahre, oder warum auch immer, und nimmt sich diese Tätigkeit des Transportes an. Und Dunkelgrün und Gelb müssen sich nicht kennen, genauso muss keine davon diese weiße Person kennen. Sie sind aber trotzdem dadurch in einem Kooperationsprozess zur Bedürfnisbefriedigung und werden sich wahrscheinlich erst kennenlernen, wenn dieser Reifen übergeben wird. Und als letztes die Unterstützung von Kommunikationen von an Prozessen Beteiligten, also Leuten, die aktiv dabei sind, und von Leuten, die von Prozessen betroffen sind, zum Beispiel betroffen über Lärmbelästigung, betroffen über, dass Dinge von ihnen benutzt werden, betroffen auf irgendeine Weise. Da muss eine Kommunikation entstehen können, und diese Kommunikation wollen wir natürlich unterstützen, dass sich viele Menschen nicht kennen, nichts mehr zu tun haben oder auch haben wollen, aber trotzdem Informationen austauschen müssen. Und damit kommen wir auch schon zum zweiten Kapitel, der Struktur. Kommunikation ist eine Bewegung von unbefriedigten Bedürfnissen zur Bedürfnisbefriedigung. Das ist der Zweck des Kommunikations. Das unterscheidet sich so ein bisschen von zum Beispiel natürlich kapitalistischer Produktion, wo es um Geldvermehrung geht, wirklich ganz basal. Das heißt, ich habe eine bestimmte Menge Geld, ich muss damit irgendwas machen, damit es am Ende mehr Geld ist. Also der Zweck kapitalistischer Produktion ist es, am Ende mehr Geld zu haben. Der Zweck von Kommunik ist es, am Ende Bedürfnisse befriedigt zu haben. Das ist ein grundlegender Unterschied. Das macht unglaublich viel mit der ganzen Gesellschaftsstruktur, mit der ganzen Form auch, wie Tätigkeiten organisiert werden müssen. Das ist was ganz anderes. Und ich will euch heute zeigen, wie die Formel aussieht, mit der man Kommunik beschreiben kann, zumindest auf so einer ganz grundlegenden Ebene. Und wir fangen an, eben mit einem anstehenden Bedürfnis. Hier Bedürfnis Minus, quasi B-. Das Bedürfnis muss, wenn ich es nicht selbst befriedigen kann, vermittelt werden. Also ich muss jemandem davon erzählen, dass ich dieses Bedürfnis habe, oder es eben wie in unsere Software einspeisen, dass allgemein andere damit etwas anfangen können. Jedes Bedürfnis wird mit einer Tätigkeit befriedigt. Irgendwas muss ja getan werden, sonst würde ich niemandem von diesem Bedürfnis erzählen. Wenn ich das Bedürfnis habe, massiert zu werden, dann brauche ich diese Tätigkeit der Massage, um am Ende dieses Bedürfnis befriedigt zu haben, also massiert worden zu sein. Wenn ich Hunger habe, muss ich was kochen, zum Beispiel, oder mir Brot besorgen. Oder jemand muss das eben tun, damit dieses Bedürfnis befriedigt wird. Oft allerdings brauchen wir noch mehr als eine Tätigkeit, sondern wir brauchen auch Mittel. Das ist hier in dieser Grafik T1 steht für Tätigkeit 1. Dieses B heißt das Resultat dieser Tätigkeit, ist die Befriedigung eines Bedürfnisses. Und A, B, C sind Mittel. Dann also nach dieser Tätigkeit ist das Bedürfnis befriedigt. Das ist cool, das ist das, was wir wollten. Aber die Frage ist natürlich, was ist, wenn etwas fehlt, wenn ein Mittel nicht verfügbar ist, wenn ein Brot nicht verfügbar ist, oder eine Massage liege, oder eine bestimmte Maschine, die ich brauche, um irgendwas herzustellen. Was passiert dann? Dann reden wir von einem Bedarf. Ein Bedarf heißt, ein bestimmtes Mittel ist nicht verfügbar. Das heißt, Mittel minus, M minus, oder hier bezogen auf diese Tätigkeit T1, M1, B minus. Dieser Bedarf nach einem Mittel muss wieder vermittelt werden. Ich muss jemandem davon erzählen, dass es fehlt, oder eben irgendwie kommunizieren, dass es fehlt. Es braucht eine Tätigkeit, die dieses Mittel verfügbar macht. Und diese Tätigkeit eben, wenn sie ausgeführt wird, deckt den Bedarf nach einem Mittel. Deswegen wurde sie ausgeführt. Dann ist dieses M1, B vorhanden. Es ist da. Und diese Tätigkeit T1 könnte ausgeführt werden, weil alle Mittel dafür zur Verfügung stehen. Das kann es natürlich alles sein, Wohnraum, Maschinen, was auch immer, was dieses Mittel sein kann. Jedes Mittel kann fehlen. A, B, C, D. Jedes Mittel wird wieder mit einer Tätigkeit verfügbar gemacht. Also der Bedarf wird gedeckt. Das Ganze kann sich aufspalten in sehr viele Tätigkeiten, in einen Tätigkeitsbaum, wenn man es möchte. Wir belasten es natürlich jetzt auf der Ebene. Und dann haben wir noch eine dritte Form von etwas, das kommuniziert werden muss oder kann und wo Tätigkeiten darauf folgen. Und das sind Nebenresultate. Die erste Form eines Nebenresultats können neue Mittel sein, die nicht benötigt werden, aber bei Tätigkeiten anfallen. Das heißt zum Beispiel, ich habe Hunger und ich esse etwas, das von Plastik eingeschweißt ist. Dann entsteht das Nebenresultat Plastikmüll oder es entstehen Transportmaterialien, die ja dann, wo etwas drin war und dann nicht mehr gebraucht werden. Das sind dann neue Mittel, mit denen irgendwas gemacht werden muss. Die zweite Form des Nebenresultats wäre eine Zustandsveränderung eines Mittels. Zum Beispiel ein Raum, der schmutzig wird durch eine Tätigkeit oder eine Maschine, die defekt wird oder abgenutzt wird. Da verändert sich etwas und das nennen wir einen problematischen Mittelzustand. Z- wie Zustand negativ. Das heißt, etwas ist zum Beispiel kaputt, wie eine Maschine oder etwas ist schmutzig, wie ein Raum oder zum Beispiel wie Geschirr. Auch Abwasch ist Geschirr mit einem problematischen Mittelzustand. Das muss ich auch wieder vermitteln. Ich muss sagen, der Abwasch wurde nicht gemacht. will vielleicht irgendjemand, dann folgt die Tätigkeit des Abwaschens und das Geschirr kommt in seinen Erhaltungszustand zurück. So nennen wir das Zustand positiv. Ich kann mit dem Mittel wieder irgendwas machen. Das sind auch Tätigkeiten, oft im Bereich des Care, nennt man das auch. Und die erfassen wir auch in der Systematik. Auch daraus entstehen diese Bäume oder Konfigurationen, wie wir sie später nennen werden. Und das war es auch schon. Das sind so diese drei Sachen, die vermittelt werden können. Bedürfnis, Bedarf und problematischer Mittelzustand. Danach muss gehandelt werden oder sollte gehandelt werden. Das zieht sich durch unsere ganze Systematik durch. Und wir brauchen einfach dieses Grundwissen, um jetzt eben Sachen auf Augenhöhe organisierbar zu machen. Womit wir auch schon zum dritten Teil kommen. Und das sind die Tätigkeitsmuster. Tätigkeitsmuster sind isolierbare, tendenziell wiederkehrende Momente des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses. Klingt kompliziert, ist es gar nicht so richtig. Zum Beispiel ein Tätigkeitsmuster ist ein Rezept, wo drinsteht, wie etwas gemacht wird. Und am Ende kommt etwas Bestimmtes raus. Und das Rezept wird tausendmal auf die genau selbe Art irgendwo auf der Welt durchgeführt, jeden Tag. Sie sind wiederkehrende Momente im Reproduktionsprozess. Genauso fließt man dabei. Das ist ganz, ganz klassisch. Aber sehr viele Tätigkeiten, denen wir tagsüber nachgehen, machen andere Menschen auf die genau selbe Weise, auch jeden Tag oder öfter. Und wenn sich das beschreiben lässt als Tätigkeitsmuster, dann können wir in der Software überhaupt was damit anfangen. Wir schauen uns diesen Rahmen des Tätigkeitsmusters kurz an. Und zwar gibt es Beschreibung. Also wie wird etwas getan? Es gibt das Resultat. Was kommt dabei heraus? Warum führe ich diese Tätigkeit überhaupt aus? Es gibt den Bedarf, also was ist notwendig zur Ausführung einer bestimmten Tätigkeit. Und es gibt eben die Nebenresultate. Also was passiert durch die Ausführung der Tätigkeit, hat aber nichts damit zu tun, mit dem Zweck, den ich eigentlich nachgehe. Wir schauen uns das jetzt ganz konkret an, wie so ein Tätigkeitsmuster entstehen kann. Hier haben wir eine Bäuerin. Und was sie macht, ist vermutlich Reis zu ernten. Und was wir jetzt machen, ist erstmal diese Tätigkeit von ihrem Umfeld zu isolieren. Die Tätigkeit ist jetzt isoliert und wir schauen, okay, was macht diese Person? Was sie macht, ist Reisernten und das Resultat davon wird vermutlich geernteter Reis sein. Dann fragen wir, was braucht diese Person? Was für einen Bedarf gibt es? Und das können wir uns echt einfach anschauen. Zuerst gibt es den Bedarf eines Reisfeldes. Ich würde keine Reisernte anfangen, wenn ich kein Reisfeld hätte. Dann gibt es anscheinend diesen Korb, einen großen Korb, wo diese Reispflanzen reingelegt werden. Und die Person trägt dann noch einen kleineren Korb, vielleicht so als eine Art Zwischenspeicher. Wir nennen diese Tätigkeit Reisernte und machen eine Beschreibung der Tätigkeit. Was passiert 1, 2 und 3? Welche Schritte werden getan, damit der Reis am Ende des Tages geerntet ist? Natürlich machen nicht wir das Tätigkeitsmuster, sondern die Leute mit der Erfahrung, also zum Beispiel die Reisbäuerin, könnte das beschreiben und anlegen. Hier haben wir eine Bäckerei. Auch hier isolieren wir wieder die Tätigkeit von ihrem Umfeld. Wir gucken, was ist das Resultat. Ein Brotteig vermutlich. Das Tätigkeitsmuster nennen wir deswegen auch Brotteig herstellen. Und dann gucken wir uns den Bedarf an. Das ist, ich vermute, Mehl, Wasser, Hefe und vielleicht ist eine Schürze auch mega notwendig dafür. Ich würde sagen, ist sie. Hier haben wir im Hinterzimmer eine damit in Sammenhang stehende Tätigkeit. Auch die isolieren wir von ihrem Umfeld. Auch die beschreiben wir wieder. Das ist das Brotbacken. Das Resultat ist ein gebackenes Brot. Der Bedarf ist ein Ofen, sind diese Brotteigleibchen, ist diese Schaufel, ist wieder eine Schürze. Und hier mehr oder weniger zufällig ist auch ein Nebenresultat angegeben. Und das ist die Verschmutzung des Ofens im Prozess. Auch das als letztes. Auch hier haben wir eine wiederkehrende Tätigkeit im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess. Hier haben wir einen Mann, der ein Brot isst. Wir studieren diese Tätigkeit. Wir gucken, was ist das Resultat dieser Tätigkeit. Wir haben die Bedürfnisbefriedigung. Also wahrscheinlich hat er das Bedürfnis Hunger oder hatte eben Hunger und hat das Bedürfnis, das zu stillen. Und was braucht er dafür? Er braucht dieses Brot. Ja, offensichtlich braucht er ein Messer. Es ist ja ein aufgeschnittenes Brot und irgendwas, was er da drauf geschmiert hat. Auch das können wir beschreiben. Auch das müssen wir tatsächlich beschreiben, damit das System funktioniert. Ist aber weniger wild, als es jetzt aussieht. Also Tätigkeitsmuster, erste Funktion. Individuelle Erfahrung wird gesellschaftlich geteilt, um andere zu befähigen. Was heißt das? Das heißt, irgendjemand hat Erfahrung in einem bestimmten Bereich, weiß, wie irgendwas funktioniert. Diese Person teilt dieses Wissen in Form eines Tätigkeitsmusters. Indem es als Tätigkeitsmuster beschrieben ist, kann eine andere Person es ausführen durch die Beschreibungen, indem gesagt wird, was brauchst du dafür und wie machst du diesen Prozess und mit was rauskommt. Und indem diese Person das öfter ausführt vielleicht, kann diese Person es verinnerlichen. In unserer Systematik nennen wir übrigens ein verinnerlichtes Tätigkeitsmuster eine Fähigkeit. Das ist dann auch relevant an manchen Momenten, aber nicht in den Teilen, die wir im Vortrag hier erzählen. Gut, zweite Funktion von Tätigkeitsmustern, Verkettung individueller Erfahrung zu transparenten gesellschaftlichen Prozessen. Die nennen wir Konfigurationen. Was so eine Konfiguration jetzt ist, schauen wir uns näher an. Wir haben das Bedürfnis Brot essen. Das Brot essen hat diese drei Bedarfe, die wir kennen. Was jetzt aber uns fehlt, ist der Bedarf Brot. Er hat einfach kein Brot. Aber wir kennen eine Tätigkeit, die als Tätigkeitsmuster schon beschrieben ist und das nennt sich Brot backen. Die beiden Tätigkeiten passen zusammen. Sie passen zusammen, weil der Bedarf der einen Tätigkeit, ja, das Brot ist das Resultat der anderen Tätigkeit. Deswegen gehören die zusammen. Aber auch das Brot backen, auch da fehlt wieder was und das ist eben dieser Brotteig. Auch hier kennen wir wieder eine Tätigkeit, die diesen Brotteig herstellt, ja, die auch wieder als Tätigkeitsmuster beschrieben ist, wie wir es vorhin gemacht haben. Die Tätigkeit Brotteig herstellen. Das Resultat ist dieser Brotteigbedarf und so weiter ist alles vorhanden. Also erstmal passt alles. Jetzt aber haben wir eben noch ein Nebenresultat. Und das Nebenresultat des Brotbackens ist die Verschmutzung des Ofens. Das heißt, der Zustand des Ofens ist problematisch. Er ist schmutzig geworden und wir brauchen eine Tätigkeit, die diesen Ofen wieder zum Erhaltungszustand zurückführt. Und das ist die Tätigkeit des Ofenreinigens. Wenn sich auch dieser Tätigkeit jemand annimmt, dann haben wir hier vier Tätigkeiten, wenn man das Essen mitzählt, die dazu führen, dass ein Bedürfnis, das vermittelt wurde, befriedigt wird. Gesellschaft ist wahnsinnig von Kooperation abhängig, von Menschen, die füreinander irgendwas tun und wir im Global Commoning System versuchen, eine bestimmte Form eben zu unterstützen. Damit kommen wir auch zum vierten Kapitel. Die Mitte. Ein Mittel ist für uns alles, ob materiell oder immateriell, das im Prozess der Bedürfnisbefriedigung angewendet werden kann. Und welche Mittel für das Gemeinschaften verwendet werden dürfen, vermitteln die Personen, welche über die entsprechenden Mittel verfügen. Das heißt ganz einfach, wenn es zum Beispiel ein Haus gibt, wo noch Platz ist und dann noch vielleicht Leute unterkommen können auf der Durchreise und so weiter, dann vermittle ich nicht, dass vielleicht Platz im Haus meines Nachbarns ist, über das ich nicht verfügen darf, wo es einfach rechtlich verboten ist, dass ich darüber verfügen darf, was damit geschieht. Sondern ich sage, in meinem Haus ist Platz darüber, worüber ich bestimmen kann. Und ich stelle quasi dafür die Regeln auf, weil es mein privates Eigentum ist. Es ist schade auf eine Weise, dass mein privates Eigentum ist und ich alleine darüber entscheiden kann. Wir wollen es natürlich, dazu kommen wir, noch dem Annähern, dass das Gemeinsame sich etabliert, dass eben nicht Einzelpersonen darüber entscheiden können. Aber es ist gerade so, wie es ist. Wir schauen uns hier an auf diesem Bild, es ist ein indischer Bauernhof, welche Mittel zum Beispiel vermittelt werden können, mit denen die Software schließlich umgehen kann. Und erstmal schaue ich mich um und ich sehe eine ganze Menge Reisfelder. Und dann schaue ich mich weiter um und ich sehe eine Menge Bäume. Bäume können für vieles verwendet werden, zum Feuermachen, zum Häuser bauen und viel mehr. Dann schaue ich mich weiter um und ich sehe einen Brunnen. Der Brunnen hat bestimmt Wasser drinnen, auch das schreibe ich einfach dem Brunnen zu. Ich schaue mich weiter um, ich sehe ein Auto und ich schreibe diesem Auto zu, dass da auch Treibstoff drinnen ist. Und dann sehe ich dieses Haus. Ich würde einfach behaupten, das ist ein Wohnhaus, da kann man drin schlafen zum Beispiel oder einfach leben. Ich schaue mich weiter um, ich sehe diese beiden Gebäude. Ich würde einfach behaupten, das wären Lagerhallen ganz allgemein und da würden sich vielleicht Dinge abstellen lassen. Ich weiß es nicht, aber von außen würde ich behaupten, das sind Lagerhallen. Und dann schaue ich ganz genau hin. Es ist nicht gelogen, wenn man hinzoomt, dann sieht man da einen kleinen Korb. Ich brauche den später noch, aber es stimmt wirklich. Aber es geht natürlich nicht um die Transparenz, was da ist oder prinzipiell verfügbar ist. Es geht auch eben um die Absprachen. Deswegen müssen wir gucken, welche Absprachen bestehen bisher zu diesen Mitteln. Und hier zum Beispiel, wer ist bei der Verwendung des Mittels eingeschlossen? Also wer darf diesen Korb verwenden und wer darf diesen Korb vielleicht nicht verwenden? Und vielleicht unter welchen Bedingungen? Zu welchem Zweck darf das Mittel verwendet werden? Vielleicht denke ich mir, ich möchte den Sommer über mich aufs Land zurückziehen, um an meinem neuen Roman zu arbeiten. Aber dieses Haus steht Leuten zur Verfügung, die eben Reisende betreiben, weil das einfach notwendig ist in der Gegend. Vielleicht ist es dann einfach nicht für mich verfügbar. Ist das Mittel bereits reserviert? Also gibt es andere Leute, die das einfach gerade für sich zum Beispiel gebucht haben, die das einfach für was anderes brauchen? Ich bin ja nicht alleine auf der Welt. Auch das muss ich wissen können. Sind Tätigkeiten zur Erhaltung des Mittels notwendig? Wenn ja, wer ist verantwortlich? Muss jemand Felder zum Beispiel bewässern? Muss jemand nach dem Zustand gucken? Vielleicht gucken, ob es irgendwelche Schädlinge gibt, ob es Unkraut gibt und so weiter, um das zu kümmern werden muss? Gibt es Ansprechpersonen für diese Dinge auch? All das kann vermittelt werden oder soll vermittelt werden können, damit das transparent wird, ablesbar wird, um eben diese Strukturen aufzubauen, ohne Geld, selbstorganisiert, freiwillig und so weiter, füreinander da sein zu können. Die letzte Frage wäre dann, ist die Nutzung des Mittels gedeckelt? Das kann zum Beispiel sein bei einem Wald, wenn gesagt wird, so und so viel Bestand darf im Jahr rausgenommen werden, aber es muss auch wieder nachwachsen können, es darf nicht zu viel genommen werden. Oder vielleicht auch bei Wasser, wenn es ansonsten Wasserknappheit gibt, welche Absprachen gibt es dazu? Was sind die Maximalgrenzen, wie etwas verwendet werden kann? Auch das kann und muss transparent werden. Gut, Konfigurationen verlaufen in den durch Nutzungsbedingungen bzw. Absprachen gesetzten Grenzen der verfügbaren Mittel. Vielleicht klingt das kompliziert, ich bin mir nicht sicher, aber wir wollen uns ja eben diese Konfigurationen näher anschauen, weil das letzte Kapitel, das etwas längere Kapitel, behandelt den Konfigurationsprozess und da werden wir wirklich im Detail darauf zu sprechen kommen. Deswegen ist das wichtig. Das gucken wir uns an. Wir haben hier wieder ein Hungerbedürfnis. Jemand hat Hunger, jemand hätte gerne eine Schüssel Reis. Ist ja kein Problem, wir sind ja von Reisweltern umgeben. Wir kennen auch schon eine Tätigkeit, die diesen Reis hervorbringt, ja zumindest einen rohen, geernteten Reis. Und das ist eben diese Reisernte mit dem Bedarf eines Reisfeldes, eines großen Korbes und eines kleinen Korbes. Das Reisfeld haben wir, den kleinen Korb haben wir, aber der große Korb ist einfach nicht verfügbar. Was ich jetzt behaupte, ist, dass dieser Korb in 5 Kilometer Entfernung einfach steht, da abgeholt werden kann und verwendet werden kann und die Tätigkeit kann ausgeführt werden. Ich schaue mich um, jetzt mal mehr oder weniger als Mensch mit einer Selbstverständlichkeit und denke mir, okay, in 5 Kilometer Entfernung steht dieser Korb. Da steht ein Auto, dann hole ich dann doch einfach Ortsveränderung von Korb durch Auto und Treibstoff. Super easy, aber geht nicht, weil das Auto schon reserviert ist. Wir schauen uns kurz die Tabelle an. Vielleicht hat dieses Auto eine Privateigentümerin. In Kalenderwoche 12 sagt sie, ist gesperrt für mich selbst. Kalenderwoche 13, 14 macht damit, was ihr wollt. Und in Kalenderwoche 13 hat jemand gesagt, sie wollen das Lager renovieren, was eine schöne Sache ist, aber dafür kann es ich nicht haben. Oder ich gehe natürlich in den sozialen Prozess rein. Ich fange an, mit Leuten zu reden. Ich sage, kann ich mal kurz das Auto ausleihen. Aber wenn ich das nicht machen möchte, muss ich eben nach anderen Möglichkeiten suchen. Und eine Möglichkeit, die hier an dieser Stelle immer geht, ist natürlich das Laufen. Ich laufe 5 Kilometer die Straße runter. Ich hole diesen Korb. Ich laufe 5 Kilometer die Straße wieder hoch. Korb ist vorhanden, Konfiguration ist abgeschlossen. Jetzt kann Reis geerntet werden mit diesem Korb. Und damit kann schließlich dieses Hungerbedürfnis gestillt werden. Oder vermutlich später kommende Hungerbedürfnisse, da das doch ein bisschen Zeit dauert alles. Gut, noch eine letzte Sache zum Mittel. Verfügbare Mittel können Formen des privaten Eigentums oder Gemeinguts sein. Und Nutzungsfreiheiten sollen auf noch unbekannte Weise von Bedarfen auf das Resultat vererbt werden. Also wir suchen eine Art Copy-Left oder vielleicht Use-Left-Prinzips eben bei materiellen Gütern. Ihr kennt es vielleicht mit Creative Commons, wie dieser Vortrag, der eben unter Namenssinnung, Teilen unter gleichen Bedingungen freigegeben wurde. Das heißt, ihr könnt sämtliche Teile des Vortrags für euch selbst weiterverwenden. Aber das, was ihr damit macht, muss eben wieder frei für andere sein. Das ist eben so ein Copy-Left-Prinzip. Und sowas suchen wir auch für materielle Güter. Da gibt es wahnsinnig viele Schwierigkeiten. Allein konzeptionell, wie das aussieht mit materiellen Gütern. Dann juristisch, wie das mit der rechten Situation aussieht. Und institutionell gibt es Stiftungen, die das dann quasi verwalten und so weiter. Das ist ein riesiger Aufgabenwerk, den wir bewältigen müssen, um das hervorzubringen, was wir uns eben erhoffen. Eben eine Selbstverständlichkeit in die Gesellschaft reinzubekommen. Eben bewusst mit den Dingen umgehen zu können. Selbstorganisiert, freiwillig und so weiter. Und wir suchen ständig Hilfe. Oder viele dieser Bereiche, die auch unabhängig von unserem Projekt sein können, suchen Hilfe. Vielleicht kannst du dich irgendwo einbringen. Vielleicht findest du was. Denk vielleicht mal drüber nach. Genau. Und privates Eigentum aber soweit ermöglicht Tätigkeiten. Ja, ich kann sagen, ich gebe irgendwas frei in eine Bohrmaschine zum Beispiel. Die können andere verwenden. Damit wird irgendwas gemacht. Aber dass das gemacht wird, soll eben näher am Gemeingut sein, dass mehr Leute darüber mitentscheiden können. Dass man mehr gucken kann, nicht wem gehört etwas und hat deswegen diese abstrakten Rechte über die Verwendung zu entscheiden. Sondern wie kann das Ding verwendet werden. Dass es wirklich eine höchstmögliche Bedürfnisbefriedigung nach sich ziehen kann. Soweit wir das eben in diesem Gespräch zur Verwendung darüber überblicken können. Wir kommen damit zum fünften Kapitel. Und wie ich euch Anfang schon vorgewarnt habe, wird hier nochmal unterteilt in fünf Unterkapitel. Und das ist, was ist der Konfigurationsprozess? Was ist der Begriff der spekulativen Gesamtdauer? Was sind die Auswirkungen von Nebenresultaten auf die spekulative Gesamtdauer? Schließlich kommen wir zur Reihenfolge der vorgeschlagenen Tätigkeiten. Und ganz am Ende zum Prozess der Selbstzuordnung und Zwecksetzung von Mitteln. Bevor das jetzt losgeht, steigen wir ein in eine Erinnerung aus ferner Zeit. Die Softwarefunktionen aus Kapitel 1. Vielleicht erinnert ihr euch noch, die Grafik hatten wir ja ganz am Anfang. Und es gab hier sechs Funktionen, wie wir als Global Commoning System mit dieser Softwareinfrastruktur Commoning oder eben Gemeinschaften unterstützen wollen. Und das war erstens durch die Vermittlung von Bedürfnissen an allgemein andere und das eben in auslesbarer Form. Also ich bin nicht davon abhängig, wen ich kenne, wo ich sagen kann, was ich brauche. Sondern ich kann das eben in einen größeren Komplex einspeisen. Wir brauchen eine Transparenz über verfügbare Mittel und darüber getroffene Absprachen. Die Software soll mögliche Tätigkeiten zur Bedürfnisbefriedigung bzw. Bedarfsdeckung anhand der lokal verfügbaren Mittel herausstellen. Das ist eine ihrer Aufgaben, die sie machen soll. Dann brauchen wir eine individuelle Sortierung der Tätigkeiten anhand eigener Prioritäten, Interessen und Fähigkeiten. Schließlich soll es ermöglicht werden, dass man sich selbst Tätigkeiten zuordnen kann und dass Kooperationen zwischeneinander unbekannten Personen entstehen können. Und zuletzt wollen wir natürlich die Kommunikation von einem Prozessbeteiligten und von Prozessenbetroffenen unterstützen. Gut, die Frage war aber eine andere und zwar, was ist der Konfigurationsprozess? Der Konfigurationsprozess ist genau das hier. Punkt 3 bis 5 und ich habe es mir herausgenommen, das nochmal zu vereinfachen. Wir brauchen einen automatischen Vorschlag von Tätigkeiten durch die Software an allen Beteiligten. Das macht sie selbst, sie steckt Dinge vor. Dann werden diese Tätigkeiten für die Beteiligten eben individuell vorsortiert. Und schließlich kommen wir zu einer Selbstzuordnung zu Tätigkeiten durch die Beteiligten. Das allerdings ist ein Kreislauf, weil von 5 geht es zurück zu 3. Jemand ordnet sich eine Tätigkeit zu und erst dann weiß die Software erst, okay, das ist eine Tätigkeit, die jemand machen möchte oder wo sich jemand dafür findet. Und da könnte natürlich entsprechender Bedarf fehlen. Also Mittel könnten natürlich nicht verfügbar sein zur Ausführung dieser speziellen Tätigkeit. Und dann schlägt die Software wieder neue Tätigkeiten vor, die diesen Bedarf decken können. Was natürlich erst möglich ist nach der Selbstzuordnung. Deswegen dreht sich das im Kreis. Durch den Konfigurationsprozess wird herausgestellt, wer was in welcher Reihenfolge machen wird. Und das eben komplett auf Basis und Freiwilligkeit und das eben durch den Prozess der Selbstzuordnung. Und diese Software schlägt ja ständig Tätigkeiten vor und wählt die Tätigkeit nach ihrer spekulativen Gesamtdauer aus. Und diese spekulative Gesamtdauer ist eben ein für uns sehr wichtiger Begriff. Und das war natürlich eine billige Überleitung zum nächsten Unterkapitel. Begriff der spekulativen Gesamtdauer. Und wir werden dieser spekulative Gesamtdauer, diesen Begriff jetzt ein bisschen aufschlüsseln. Die Gesamtdauer bezieht sich immer auf eine Tätigkeit, umfasst aber die Dauer dieser Tätigkeit und aller Tätigkeiten, die zu ihrer Ausführung notwendig sind, beziehungsweise durch ihre Ausführung notwendig werden. Wir schauen uns das an, an diesem Beispiel. Es gibt einen Bedarf nach einem schwarzen T-Shirt. Es gibt diese Tätigkeit des T-Shirt-Färbens mit Färbemittel und weißem T-Shirt. Es entsteht ein Nebenresultat von Färberesten, die beseitigt werden müssen. Gerade ist diese Gesamtdauer, also GD, nur diese Tätigkeit selbst. Dazu muss natürlich addiert werden, zur Gesamtdauer, die Zeit, die es braucht, um dieses weiße T-Shirt überhaupt erstmal verfügbar zu machen. Die Farbe wird hier angenommen, ist schon verfügbar, hat irgendjemand, ist vorhanden und deswegen braucht es keine neue Zeit. Dann muss noch zur Gesamtdauer eben addiert werden, die Zeit, um diese Färbereste zu entfernen, sie irgendwie zu recyceln. Erst dann wissen wir, wie lange es wirklich braucht, um diesen Bedarf eines schwarzen T-Shirts zu decken. Weiter ist im Konfigurationsprozess die Gesamtdauer spekulativ, da zu Beginn nicht bekannt ist, welchen Tätigkeiten sich tatsächlich zugeordnet wird. Das hatten wir schon ganz kurz gesagt, wir kommen später näher dazu. Diese Konfigurationen, die im Konfigurationsprozess entstehen, werden Schritt für Schritt erstellt. Je nachdem, welchen Tätigkeiten sich angenommen wird, werden andere Tätigkeiten freigeschalten. Als Beispiel hier, wie sich das auf die Gesamtdauer auswirkt, ist eine Pflegetätigkeit. Und das so als Nebeninformation zum Beispiel. Diese Pflegetätigkeit ist eine Tätigkeit, die direkt Bedürfnisse befriedigt. Deswegen ist hier auch gar keine Dauer zugeschrieben. Dauer spielt eigentlich nur eine Rolle bei der Bedarfsdeckung und diesen Ketten, die quasi erstellt werden, um Sachen zu machen, die nicht direkt an Bedürfnissen dran sind. Da wollen wir eine Effizienz reinbekommen, nicht zum Beispiel in der Pflege oder ähnlichen Sachen. Trotzdem gibt es eine spekulative Gesamtdauer, die hier mit plus 30 Minuten angegeben ist, weil dieser Rollstuhl fehlt. Um diesen Bedarf zu decken, dauert natürlich Zeit. Diese Zeit muss mit eingeplant werden. Und gerade ist es 30 Minuten, weil nach allen Informationen, der der Software bekannt sind, ist die sinnvollste oder schnellste Tätigkeit hier im Umfeld, einen Rollstuhl von A nach B zu transportieren. Und die dauert 30 Minuten, wenn sich da jemand zuordnet. Aber es kann natürlich genauso sein, dass sich jemand eine andere Tätigkeit annimmt, wie die Reparatur eines Rollstuhls. Das dauert dann vielleicht 70 Minuten, etwas länger. Aber es gibt hier eben diese Person, die das machen möchte. Damit ist die Gesamtdauer real 70 Minuten, obwohl sie spekulativ nur 30 Minuten war. Zuletzt kann aber auch die Gesamtdauer auf 0 Minuten sinken, wenn zum Beispiel jemand sagt, aha, da wird ein Rollstuhl gebraucht. Ich habe ja noch einen Rollstuhl auf dem Dachboden liegen, den kann ich vorbeibringen. Ich habe den bisher nur noch nicht vermittelt, weil ich dachte, das braucht man nicht oder ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Und dieser Rollstuhl wird einfach zur Verfügung gestellt, kommt quasi für die Software erstmal aus dem Nichts. Aber diese zusätzliche Dauer zur Bedarfsdeckung sinkt damit auf 0 Minuten, weil dieser Rollstuhl einfach vorbeigebracht wird. Für den Konfigurationsprozess wurde die Zeiteinheit gewählt, da sie leicht mess- bzw. abschätzbar und von individuellen Urteilen unabhängig ist. Außerdem ist sie effizienzfördernd und allen Tätigkeiten gemein. Was heißt das? Erstmal, wir haben eine Einheit gebraucht, mit der die Software diese Tätigkeiten sortieren kann, um sie an den Beteiligten vorzuschlagen. Es braucht wirklich eine Einheit dafür. Das war natürlich eine Entscheidung, die wir getroffen haben, die Zeit zu benutzen. Auch einfach deswegen, erstens, sie ist messbar, sie ist in jeder Tätigkeit einfach drin, jede Tätigkeit hat Zeit. Und wenn sie nicht genau messbar ist, dann ist sie auch abschätzbar. Ich kann ungefähr sagen, wie lange eine bestimmte Tätigkeit braucht. Und was super wichtig ist, ist eben, dass es nicht darum geht, sie zu ordnen nach Tätigkeiten, auf die man Lust hat. Tätigkeiten, die vielen Leuten Spaß machen, werden dann zuerst vorgeschlagen. Vielleicht gefallen die anderen Leuten nicht, vielleicht haben die mega die Probleme und so weiter. Es ist erstmal von diesen Urteilen unabhängig. Außerdem ist die Effizienz fördernd und Effizienz spielt natürlich auch eine Rolle, weil Menschen vermitteln Bedürfnisse. Danach entsteht erst dieser ganze Komplex an Selbstzuordnung und so weiter. Und irgendwann wird dieses Bedürfnis dann befriedigt. Und das kann natürlich super lange dauern. Das ist natürlich das Problem. Markt ist da effizienter. Wenn ich jetzt ein Bedürfnis habe, dann gehe ich in den Supermarkt, kaufe mir irgendwas, gehe nach Hause, kann das Bedürfnis befriedigen. Ende der Geschichte. Dieses Commoning, dieses nach Bedürfnissen orientierte Wirtschaften dauert mehr Zeit, so wie wir es betreiben. Und deswegen müssen wir auch wirklich gucken, dass diese Zeit, wenn sie schon länger ist, dass es vielleicht nicht zu lange ist, damit es überhaupt Sinn macht, für Leute sich einzubringen in Prozesse des Gemeinschaftens. Und damit kommen wir zu einer sehr berechtigten Kritik und Frage, die hier an dieser Stelle oft auftritt. Aber Zeit und Effizienz geht das nicht tendenziell zu Lasten der Natur. Das ist natürlich eine Gefahr und ein richtiger Gedanke, ob wir es wirklich so machen können. Und deswegen müssen wir über die Auswirkungen der Nebenresultate auf die Gesamtdauer sprechen. Und das Szenario ist, ein T-Shirt wird rot gefärbt, wobei Schadstoffe entstehen. Diese Schadstoffe müssen beseitigt werden. Wir haben hier links und rechts immer dasselbe, links und im klassischen Tätigkeitsmuster, Stil rechts so ein bisschen hübscher mit der Landkarte, um sich das vielleicht besser vorstellen zu können. Ihr könnt euch gerne für eine Seite entscheiden und das dort einfach mitverfolgen. Also mit dieser Tätigkeit des T-Shirt-Färbens, diesmal in rot, wieder entstehen Schadstoffe. Dann haben wir eine Tätigkeit von Recycling-Schadstoffen und die braucht 5 Minuten für die Menge, die eben bei diesem einen T-Shirt entsteht. Einfach nur geraten. Es braucht dafür diese Recycling-Anlage und das ist so vielleicht ein normaler Weg, damit diese Giftstoffe wieder weg sind. Und eine alternative Möglichkeit dazu wäre es natürlich auch einfach, die Giftstoffe in den Fluss zu kippen. Denkt man sich so, eigentlich nicht so cool? Wird natürlich auch öfter so gemacht, ist heute billiger. Hier natürlich gehen wir mit Zeit um, es ist natürlich zeiteffizienter. Aber, Nebenresultat. So, erstens, Flüsse fließen nicht immer von oben nach unten. Sie fließen auch nach Norden, auch Flüsse laufen in die Nordsee. So wie dieser Teil der Donau hoffentlich nach Norden fließt und das ergibt schon Sinn, das so einzuzeichnen. Gut. Aber was sich natürlich ändert, ist der Zustand des Flusses. Wenn ich da Schadstoffe reinkippe, der Fluss wird verschmutzt. Wenn ich den Erhaltungszustand des Flusses definierend habe, dann muss wieder eine Tätigkeit folgen, mit der dieses Flusswasser wieder gesäubert wird. Und ich bin da kein Experte, aber ich vermute, dass die Säuberung von Flusswasser länger dauert, als wenn man direkt die Schadstoffe recyceln würde, weil es einfach eine größere Menge ist. Ich sage jetzt mal 10 Minuten, die noch auf diese eine Minute des Reinkippens draufgeschlagen werden. Und wenn diese Anlage zur Wassersäuberung überhaupt erst noch gebaut werden muss, dann ist es eine unglaublich hohe Zahl an Minuten, die da reingeht, nur weil ich mir denke, ich schüttelte das Zeug in den Fluss. Insgesamt natürlich geht es darum, ist es effizienter, Chemikalien in den Fluss zu kippen, als zu recyceln? Und die Antwort wäre bei uns, nicht, wenn die Sauberkeit des Flusses erhalten bleiben soll. Oder vielleicht konkreter ausgedrückt, solange Erhaltungszustände definiert sind, steht die Zeiteinheit im Konfigurationsprozess nicht im Widerspruch zum Naturschutz etc. Und klar, da steckt eine Bedingung drin. Erst muss ja das Mittelfluss definiert sein, damit überhaupt so eine Tätigkeit wie Schadstoffe in den Fluss kippen vorgeschlagen werden kann. Und dann muss natürlich nicht nur gesagt werden, da ist ein Fluss, sondern der Fluss soll auch sauber bleiben. Und am besten noch, was bedeutet Sauberkeit? Und da sieht man auch, dass es bei uns wirklich darum geht, die Welt zu erfassen, um mit ihr eben als eine gemeinsame umgehen zu können, überhaupt die Möglichkeit dazu zu haben. Was aber hier vielleicht zum Beispiel auch ganz spannend ist an der Stelle, hier wäre jetzt die Gesamtdauer des in den Fluss kippens von Schadstoffen sehr viel höher als das Recycling, weil es den Leuten dort wichtig ist, die davon betroffen sind von dieser Tätigkeit, dass der Fluss sauber bleibt. Wenn Leuten das egal wäre, wenn Leute sagen, der kann eben dreckig werden, dann wäre die Tätigkeit des Schadstoffe in den Fluss kippen wirklich effizienter, würde wirklich vorher vorgeschlagen werden vor den Recycling. Und das wäre auch, das muss ich jetzt so sagen, in Ordnung so, weil wir haben keinen moralischen Kompass dabei, sage ich jetzt mal. Wir schreiben nichts vor. Die Software ist ein Werkzeug, das einfach benutzt werden kann in den eigenen Interessen und so weiter. Aber wer will schon, träge ich das Flusswasser, ganz im Ernst. Gut, wir kommen zu Unterkapitel 4 von 5. Und das ist die Reihenfolge der vorgeschlagenen Tätigkeiten. Wir bleiben hier abstrakt, wir nehmen hier so ein bisschen die Perspektive der Software ein, die ja nicht weiß, was in diesen Tätigkeitsmustern drinsteht. Also sie weiß es ja nicht. Sie kennen diesen Rahmen, das sind bestimmte Mittel, die können Sie abfragen, ob sie verfügbar sind oder nicht verfügbar, eben lokal. Sie kennen die Dauer dieser Tätigkeiten, aber mehr weiß sie eigentlich nicht darüber. Und deswegen ist es wichtig, hier einfach zu gucken, was macht die Software. Wir haben hier eine Tätigkeitsbedürfnisbefriedigung und das Mittel T1b, wäre das hier, Tätigkeit 1, Mittel b, fehlt. Okay. Anhand der lokal verfügbaren Mittel stellt die Software mögliche Konfigurationen zur Bedarfsdeckung heraus und ordnet diese nach ihrer spekulativen Gesamtdauer. Was das ist, wissen wir mittlerweile. Und es gibt jetzt hier zwei Stränge. Der linke Strang besteht aus zwei Tätigkeiten im Sammenhang. Die erste Tätigkeit geht 45 Minuten, die zweite Tätigkeit geht 15 Minuten, also eine gesamtdauer von, oder eine spekulative Gesamtdauer von 60 Minuten. Die zweite Tätigkeit, mit der der Bedarf gedeckt werden kann, ist eine einzelne Tätigkeit, geht aber 90 Minuten. Dann wird die oberste Tätigkeit der Konfiguration mit der geringsten Gesamtdauer den Beteiligten im lokalen Umfeld vorgeschlagen. Die Software geht zur Tätigkeit mit der geringsten spekulativen Gesamtdauer, zur Bedarfsdeckung und schlägt die Beteiligten vor. Wenn die zum Beispiel eine App haben auf ihrem Smartphone, würde jetzt irgendwo unter diesen vielen Tätigkeiten drin sein, Tätigkeit T1b1, was auch immer das ist, taucht da auf. Leute können sagen, habe ich Lust drauf, habe ich keine Lust drauf. Parallel dazu wird Wissen und die Verfügung über Mittel abgefragt, um schrittweise die Bedingungen für Gemeinschaften zu verbessern. Das heißt, dieser Tätigkeitsvorschlag ist nur quasi im Rahmen der Informationen, welche der Software zur Verfügung steht. Aber es wird dann auch gefragt, weiß man vielleicht eine andere Möglichkeit, wie man dieses Mittel verfügbar machen kann und kann das in die Software einspeisen, damit andere Leute vielleicht diese Tätigkeit ausführen können und diesen Bedarf eben auf diese Weise decken können. Und das Wissen ist in den Köpfen und so wird nochmal nachgehakt, weiß etwas, was ich bisher nicht weiß als Software. Natürlich wird auch gefragt, hat das jemand schon zur Verfügung, liegt das bei jemandem auf dem Dachboden, steht das irgendwo in der Küche und die Person möchte es vielleicht gerne teilen, weil es wird gerade für etwas benötigt, für die Befriedigung eines Bedürfnisses. Falls sich niemand zuordnet oder ein Mittel zur Verfügung stellt, wird die oberste Tätigkeit der Konfiguration mit der zweitgeringsten spekulativen Gesamtdauer zusätzlich vorgeschlagen. Das heißt, niemand hat Lust auf Tätigkeit T1B1 und jetzt wird auch noch T1B2, also diese Tätigkeit, die 90 Minuten dauert, zusätzlich vorgeschlagen und es wird geguckt, hat da vielleicht jemand Bock drauf, ist das eine Tätigkeit, die jemand tendenziell ausführen möchte. Natürlich bleibt aber die erste vorgeschlagen Tätigkeit bestehen, vielleicht hat auch jemand seit einer Woche seine App nicht mehr geöffnet, hat nicht mehr nachgeschaut, was sie machen möchte und sieht jetzt erst eine Woche später, dass es diese Tätigkeit gibt, würde sich dann im Nachhinein zum Beispiel annehmen, obwohl die andere schon quasi freigeschalten ist oder eben vorgeschlagen wurde. Und falls sich jemand eben zuordnet zu einer vorgeschlagenen Tätigkeit, werden in gleicher Weise Tätigkeiten zur Deckung eines jeden Bedarfs vorgeschlagen. Da ist eben T1B1b, dieses Mittel, wieder nicht verfügbar. Wieder wird diese Tätigkeit also mit der geringsten spekulativen Gesamtdauer vorgeschlagen, hier eine Tätigkeit, bei der alle drei Mittel lokal verfügbar sind, lokal verfügbar zu sein scheinen. Parallel dazu natürlich wieder wird das Wissen abgefragt, wie dieser Bedarf noch gedeckt werden kann, ob das jemand zu Hause hat, wird jetzt einfach hier nicht angezeigt. Das passiert natürlich immer nebenbei. Und wenn sich dann niemand zuordnet, wird eine zweite Tätigkeit vorgeschlagen, die zum Beispiel hier 20 Minuten dauert, einen ganz anderen Bedarf hat, eine ganz andere Tätigkeit ist. Welche weiß die Software nicht? Sie weiß nur, sie dauert insgesamt länger und deswegen wird sie vorgeschlagen. Wenn der Bedarf einer jeden Tätigkeit verfügbar ist oder verfügbar gemacht werden kann, kann die Kooperation beginnen. Das heißt, bei der sozusagen obersten Tätigkeit hat sich jemand zugeordnet, jetzt bei dieser zweiten Tätigkeit zur Bedarfsdeckung hat sich auch jemand zugeordnet. Wir wissen jetzt, welche Tätigkeiten ausgeführt werden, mit denen ein Ende der Bedarf gedeckt wird, der zur Bedürfnisbefriedigung notwendig ist. Und diese Leute können entsprechend kooperieren, und zwar natürlich angefangen von der letzten Tätigkeit, also die Tätigkeit, die den Bedarf der jeweils darüber stehenden oder darauf folgenden Tätigkeit verfügbar macht. Jetzt schauen wir uns das aus der anderen Richtung an, und zwar der Prozess der Selbstzuordnung und Zwecksetzung von Mitteln. Wir kommen zurück an den Anfang des letzten Unterkapitels. Da waren diese zwei Tätigkeiten schon vorgeschlagen, die eine mit 45 Minuten und die andere mit 90 Minuten. Ich kann mich jetzt Tätigkeiten annehmen, in denen ich Erfahrung habe oder die mich interessieren. Hierdurch relativiert sich die Zeitorientierung beim Vorschlag von Tätigkeiten. Das heißt natürlich, die Software wählt Tätigkeiten nach dieser Zeitdauer aus, nach dieser spekulativen Gesamtdauer. Aber das wird sowieso noch mal relativiert, weil Leute sich einfach Tätigkeiten annehmen, auf die sie einfach gesagt Bock haben. Wo sie vielleicht sagen, das bringt sie weiter, die sie vielleicht als sinnvoll erachten. Weiter kann ich mich Tätigkeiten annehmen, die zur Befriedigung mehrerer Bedürfnisse beitragen. Hierdurch verdichtet sich der gesellschaftliche Reproduktionsprozess. Das heißt, ich kann mich natürlich der Herstellung dieses T-Shirts annehmen, wir sind hier wieder konkret geworden, oder der Herstellung der Bettwäsche. Aber ich kann auch sagen, beides braucht Baumwollstoff und ich nehme mich eine Tätigkeit an, die diesen zur Verfügung stellt, weil er quasi mehreren Leuten nützlich ist. In unserer Theorie, mal ganz kurz, um auf den Timeless Way of Reproduction wieder hinzuweisen, zeigt sich auch eine Bewegungstendenz in dieser Struktur, dass mit der Zeit tendenziell Mittel entstehen, die sowohl langlebig sind, als auch vielseitig einsetzbar, als auch besonders aus lokalen Ressourcen bestehen. Wir haben eine konkrete stoffliche Qualität von Mitteln, die sich herausstellt, nur weil wir uns auf diese Weise eben auf die Welt beziehen. Und diese konkrete stoffliche Qualität von Mitteln ist eine sehr gute. Weiter kann ich mich Tätigkeiten annehmen, mit denen der Aufwand anderer Beteiligter gewürdigt wird. Hierdurch kann ein tendenzieller Vorteil durch den eigenen Beitrag entstehen. Das heißt zum Beispiel, dieser Person in Schwarz, die ja wir sind, der ist der geleistete Aufwand von anderen sehr wichtig. Es ist wichtig für Leute da zu sein, die auch viel für andere gemacht haben. Die Person in Turquise hat viel für andere gemacht. Deswegen ist für die Person in Schwarz jetzt transparent, dass diese Tätigkeiten auf sein eigenes Interesse hinweisen, eben diesen Menschen zu helfen, die selbst viel für andere tun. Das wird markiert quasi, das wird transparent gemacht. Das heißt nicht unbedingt, dass es sich jetzt diesen Tätigkeiten unbedingt annehmen wird, aber natürlich kann es seine Entscheidung beeinflussen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns jetzt nicht nur hier in unserer eigenen Software bewegen. Natürlich können wir in unserer eigenen Softwarevermittlung sagen, die Person hat so und so viel Zeit damit aufgewandt, vielleicht auch da für beliebte oder unbeliebte Tätigkeiten und so weiter. Es gibt diese Möglichkeiten, aber wir können auch andere Bewertungssysteme mit einbeziehen. Zum Beispiel bei gutefrage.de, wenn es da ein Reputationssystem gibt, also zum Beispiel Sterne oder Punkte für Leute, die anderen oft Fragen beantworten, hoffen wir, diese Punkte abgreifen zu können. Und dann kann ich quasi sagen, es ist mir wichtig, auch Leuten zu helfen, die auf gutefrage.de anderen Leuten Wissen beantworten und kann mich danach orientieren. Genauso sämtliche andere Bereiche der digitalen Technologie, Stack Exchange und so weiter. Oder ich kann zum Beispiel sagen, man braucht natürlich entsprechende Schnittstellen. Ich möchte Leuten besonders helfen, die in der Geflüchtetenhilfe arbeiten. Und wenn das irgendwie transparent ist, irgendwie ablesbar ist, werden mir dann Tätigkeiten entsprechend markiert, die Leuten helfen, die in der Geflüchtetenhilfe arbeiten. Es ist also nicht sozusagen Software-Incestuös. Ja, diese Aufwandswürdigung. Sämtliche Formen der Anerkennung lassen sich tendenziell mit einbeziehen. Vielleicht letztes Beispiel. Vielleicht hat jemand die Idee, besonders nette Menschen irgendwie auszuzeichnen, und so nette Sterne zu vergeben, dann kann ich sagen, ich möchte mich an netten Menschen orientieren, wenn ich diesem Bewertungssystem vertraue. Das ermöglicht unsere Software. Weiter kann ich mich Tätigkeiten annehmen, bei denen Lebensumstände anderer Personen oder eigene soziale Beziehungen berücksichtigt werden. Ähnliches Thema, nur eben ohne den Aufwand. Der Person in Schwarz ist jetzt der Lebensumstand Alleinerziehung so mittelmäßig wichtig. Da oben haben wir eine alleinerziehende Person. Und jetzt werden ihr angezeigt, also der Person in Schwarz, dass diese Tätigkeiten eben Herstellung Bettwäsche und Herstellung Baumwollstoff besonders einer Person helfen, die alleinerziehend ist. Jeder andere Lebensumstand kann auch wieder natürlich damit einbezogen werden. Es geht natürlich um Datenschutz. Es geht darum, was wollen Leute vermitteln. Irgendwo geht es vielleicht auch um Verifizierung und so weiter. Aber die Softwarestruktur ermöglicht es uns, so etwas einzubeziehen, wenn wir eben die richtigen Schnittstellen dafür haben. Genauso kann ich sagen, ich möchte besonders für meine Freunde da sein oder meine Familie da sein. Und wenn das irgendwie klar ist, welche Personen das sind, werden mir Tätigkeiten eben entsprechend markiert, die eben notwendig sind, um die Bedürfnisse eben jener Personen zu befriedigen. Das ist natürlich wichtig, um zu sagen, ich nehme mich nicht irgendwelche Tätigkeiten an, sondern eben nach meinen eigenen Prioritäten oder eben Interessen. Der letzte Punkt soweit. Ich kann über die Verwendung verfügbar gemachter Mittel mitbestimmen. Hierdurch wird innerhalb eines sozialen Prozesses die festgelegte Form einer Konfiguration realen Lebensumständen angepasst. Klingt ein bisschen kompliziert, ist es auch. Besonders deswegen, weil wir uns hier mit Commons beschäftigen, mit Gemeinsamen beschäftigen und das wirklich grundlegend anders gedacht werden muss. Zum Beispiel, diese Person in Schwarz hat jetzt diesen Baumwollstoff hergestellt und dachte, das geht an die Person, die viel Aufwand betrieben hat. Aber natürlich hat sie dieses Entscheidungsrecht nicht. Wir haben in jedem Moment Gemeinsames, Dinge mit den anderen mitentscheiden können. Und auch wenn sie das jetzt hergestellt hat und auch dazu sagen kann, mir ist es besonders wichtig, dass diese Person das erhält oder diese beiden Personen das vielleicht erhalten sollten, dafür habe ich es gemacht, ist es trotzdem ein Gemeinsames. Und andere Leute können auch mitbestimmen, egal ob sie in der Software sich vermitteln oder eben die Software nicht verwenden. Wir brauchen hier entsprechende Schnittstellen, Möglichkeiten der Kommunikation auch außerhalb der Software und so weiter. Es ist nicht einfach. Aber wieder, die Software unterstützt Gemeinschaften nur. Sie ist keine Systematik, die jetzt irgendwie über die Gesellschaft drüber gelegt werden muss, nach der man sich orientieren muss, die quasi Vorschriften macht, sondern die Software unterstützt wirklich nur diesen Prozess. Und wenn wir jetzt diesen Leinenstoff haben und dieser Leinenstoff von allen verwendet werden kann, können natürlich auch alle Leute tendenziell mitquatschen, wie er verwendet wird. Genauso kann ich natürlich bei allen anderen mitreden. Das ist grundlegend. Wie Gesellschaft funktioniert, muss neu gedacht werden, wenn sich auf die Dinge der Welt als Gemeinsames bezogen wird. Es ist wirklich eine andere Selbstverständlichkeit, als die wir heute haben, weil wir eben heute in bestimmten Bedingungen leben, die ein anderes Denken nahelegen. Das ist eine Bewusstseinsfrage. So ein Bewusstsein entsteht, wenn man Community betreibt, ein anderes Bewusstsein. Das muss nicht irgendwie durch Meditation erreicht werden. Aber vieles ergibt sich erst, wenn man das wirklich verstanden hat, dass Gesellschaft und Bewusstsein hart zusammenhängen und man einfach über die Welt anders nachdenken muss, wenn wir Gemeinschaften betreiben, wenn wir im gemeinsamen Leben oder mit Gemeinsamen umgehen, das eben nicht privat ist. Und damit kommen wir zum Abschluss. Es ist jetzt auch wirklich nur noch diese eine Folie hier. Und es soll noch mal ganz kurz das gesellschaftliche große Ganze aufgerissen werden. Und Gesellschaft im Allgemeinen ist immer eine Form der Organisation von Tätigkeiten, die notwendig sind, um als Menschheit existieren zu können. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen davon, aber es geht immer nur darum, es gibt Tätigkeiten, es müssen Dinge verfügbar gemacht werden, es müssen Care-Arbeiten, Sorgearbeiten ausgeführt werden. Und die Frage ist, wie wird das organisiert? Und die heute bestimmende Form der Organisation von Tätigkeiten ist Lohnarbeit. Die Vermittlung geschieht über Markt und Geld. Das heißt, es ist selbstverständlich für mich, dass ich auf dem Wohnungsmarkt schaue, wo ich ein Zuhause finden kann, dass ich dafür Geld zahlen muss, dass ich im Supermarkt Geld für Lebensmittel und sowas zahle. Und es ist selbstverständlich, dass ich mich am Arbeitsmarkt quasi umschaue, wo ich mich einbringen kann, wo ich arbeiten kann, zu welchen Bedingungen. Und dann dort quasi, ich sage jetzt mal auch fremdbestimmt, arbeiten gehe 40 Stunden die Woche, dass ich einen Vorgesetzten habe, der oder die eben mir sagt, was ich zu tun habe oder welche Arbeitsbereiche für mich zur Verfügung stehen. Ich bekomme Geld dafür und das Geld stecke ich in die Wohnungen, in die Lebensmittel und so weiter. Das ist selbstverständlich für mich, das ist ganz normal. Aber es ist eben eine sehr spezielle Form der gesellschaftlichen Vermittlung. Und in dieser speziellen Form der gesellschaftlichen Vermittlung müssen die Tätigkeiten eben marktgerecht organisiert werden. Der Zweck der Organisation ist damit nur eingeschränkt, selbstbestimmt. Die Gesellschaft verselbstständigt sich. Was bedeutet das? Das heißt, wenn ich ein Unternehmen gründe, kann ich sagen, ich möchte Schuhe herstellen und ich möchte Schuhe herstellen, die total bequem sind und das Laufen verbessern und so weiter. Aber ich muss gucken, dass es sich rechnet. Ich muss gucken, dass meine Ausgaben wieder reinkommen und ich auch einen Gewinn mache, den ich zum Beispiel für meinen eigenen Lebensunterhalt verwenden kann. Ich kann nicht einfach irgendwas am Markt verkaufen. Ich muss mich an der Konkurrenz orientieren. Ich muss Marktlücken zum Beispiel finden. Ansonsten kann ich als Unternehmer nicht existieren oder als Unternehmerin eben oder als Selbstständiger. Genauso ist meine Arbeit als jemand, der angestellt ist, davon abhängig, dass mein Unternehmen immer wieder Geld macht, immer wieder Geld macht, um mich eben zu bezahlen, damit ich mein Zeug mache und so weiter. Da ist vieles nicht selbstbestimmt. Viele Entscheidungen werden eben deswegen getroffen, weil der Markt eben etwas Bestimmtes vorgibt. Aber der Markt ist natürlich kein Akteur. Aber es scheint etwas zu geben, das aber nicht real ist, aber dem wir uns trotzdem als Menschen fügen müssen. Das ist mit verselbstständigt gemeint. Und es gibt damit einfach ein Problem und das hat Konsequenzen, wie echt teilweise miserable Arbeitsbedingungen. Das hängt auch mit dieser marktgerechten Organisation zusammen. Und in einer bürgerlich freien Gesellschaft war Geld bisher zur Organisation von Tätigkeiten notwendig. Seit der Entstehung und Verbreitung des Internets ist es das nicht mehr unbedingt. Das ist total wichtig, weil Geld ist jetzt nicht nur negativ. Geld gibt Freiheiten, gibt mir die Freiheit, relativ unabhängige Entscheidungen zu treffen. Eben, ich brauche Geld, dafür muss ich mich dem Markt unterordnen und so weiter. Aber dann kann mir niemand in meine Entscheidungen reinreden. Geld kann man auch sagen, befreit aus persönlichen Herrschaftsverhältnissen. Ja, also dass Menschen direkt über mich bestimmen. Ich kann mir mein Unternehmen und sowas weitgehend aussuchen, je nachdem, wo ich eben qualifiziert bin, zu arbeiten und stellenfrei sind und so weiter. Aber diese Vermittlungsform ist auch extrem problematisch. Und seit es eben das Internet gibt, können wir Alternativen dazu aufbauen, die besser sind einfach wirklich. Das ist eine einmalige Chance. Und wir wollen eben das Potenzial des Internets ausnutzen, um den Aufbau einer Gesellschaft zu unterstützen, die keinen anderen Zweck als die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse kennt. Und erstens, menschliche Bedürfnisse sind nicht nur irgendwie mein Trieb oder Hunger und so weiter. Es geht auch um den Schutz der Natur. Es geht auch um Tierrechte. Auch das kann ein Bedürfnis sein, dass ich mich einfach nicht gut damit fühle, wie gerade irgendwie Tiere gehalten werden. Ja, Massentierhaltung ist ein Mordsthema natürlich. Aber auch das liegt natürlich an einer marktgerechten Organisationsform. Und das Internet, das gibt es seit, keine Ahnung, 20, 25 Jahren. Und es ist eine einmalige Chance, die wir jetzt wirklich haben, diese weltweite Vernetzung, diese Möglichkeit weltweit auf dieses Netz zuzugreifen, miteinander kommunizieren zu können, die es in zigtausend Jahren Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Und das ist so etwas Besonderes. Und wir können so etwas Großartiges damit schaffen, wenn wir dieses Potenzial ausnutzen. Wir können wirklich die Welt als eine gemeinsame behandeln und danach leben und gucken, dass es eben nicht um ein Gegeneinander geht, sondern dass wir uns daran beteiligen, dass es uns allen einfach Stück für Stück immer und immer besser geht. Diese Möglichkeit haben wir mit einer anderen Vermittlungsform, die eben auf dem Internet aufbaut und wo wir hoffen, damit einen Schritt in diese Richtung zu gehen mit dieser Softwareinfrastruktur. Damit kommen wir auch zum letzten Punkt. Bitte hilf uns dabei, das zu realisieren, denn wir sind ein bisher recht kleines Team. Es gibt unglaublich viele offene Aufgaben, die wir nicht alleine stemmen können. Wir brauchen besonders Aktivisten, Aktivistinnen für Design, natürlich für die Entwicklung, für Social Media, natürlich für Übersetzungen. Ausarbeitung der Theorie ist ein Riesenthema. Wenn du irgendwas kannst oder wenn du auch das Gefühl hast, nichts zu können, aber dich das Projekt vielleicht begeistert oder du es gut findest, dann melde dich einfach. Schau in unserem Forum, schau auf unsere Internetseite, komm in unseren Chatraum, keine Ahnung, was wir haben. Schreib uns eine Mail und dann quatschen wir einfach. Und wir würden uns als Team wirklich einfach sehr freuen. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Gut, in dem Sinne, vielen Dank. Vielen Dank erstmal an all die Leute, die diese Icons gemacht haben und die unter Creative Commons Lizenz zur Verfügung gestellt haben. Auf euch baue dieser Vortrag auf. Er wäre ohne euch nicht möglich gewesen. Ihr werdet es niemals hören und trotzdem bin ich euch auf Knien dankbar dafür. Danke auch an die Leute, die Bilder in Creative Commons Lizenz online gestellt haben. Ihr seid auch der Hammer. Vielen, vielen, vielen Dank für diese Grundlagen und euch, die ihr jetzt wirklich wahrscheinlich sehr lange zugehört habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war meine Freude und bis bald vielleicht. Vielen Dank.